Zweites Frühstück. Und von Tag zu Tag blüht es immer schöner. Guten Morgen, wie Sonne scheint. Für uns heißt es heute zurückfahren nach Berlin. Es war richtig toll hier am Campingplatz am Drehsee. Hat uns richtig gut gefallen. Wir waren jetzt hier fünf Tage im Campingpot. Bezahlt haben wir 295 Euro dafür, aber das war es wert. Mit integriertem Klo, dass man nachts nicht immer raus musste, ist schon Luxus. Genau. Vor allem bei der Kälte lernt man den Luxus lieben lernen. Und ja, wie gesagt, geht es jetzt zurück nach Berlin. Die Strecke führt uns erstmal bis nach Rosenow. Dort biegen wir auf den Radweg ab, der sich nennt Spur der Steine. Der führt dann bis nach Templin, teilweise auf einer Bahnstrecke lang, eine ehemalige Bahnstrecke. Und dann geht es über Zedelnik nach Oranienburg. Und da steigen wir dann in die S-Bahn ein. Ja, und wir wünschen euch jetzt viel Spaß dabei. Eieiei, das ist ja ein Start heute hier. Julia lässt schon die ersten Höhlen fallen. Zwiebelprinzip wie immer. Jetzt sind es acht Grad. Ja, die Sonne ist aber draußen. Und ja, da passt das alles. So, vor uns liegt jetzt Turmsdorf. Da müssen wir dann irgendwo halb rechts abbiegen. Und da müssten wir auch schon bald in Rosenow sein. Da steht es auch schon dran. Nach Rosenow sind es noch vier Kilometer. Ja, und ich werde jetzt mal anhalten und mal die Belüftungslöcher aufmachen von der Jacke. Hier weit stellen. Da weit stellen. Ja, und das wäre dann auch mein Tipp für euch. Wenn ihr euch eine Regenjacke kauft, nehmt welche mit Belüftungslöcher unter den Ärmeln. Wenn ihr dann den Kragen, nicht den Kragen, was ist es, den Ärmel weit stellt, weht ein laues Lüftchen durch. Und dann kann man das Ganze gut temperieren, dass man nicht überhitzt. Ja, die dicken Handschuhe packe ich jetzt auch mal weg. Und ich ziehe jetzt auch noch eine Schicht aus. Ich habe immer so eine ganz dünne und ganz leichte Jacke dabei. Aber das ist die beste, weil die hält so viel Wind ab und ist sehr, sehr dünn. Und wärmt ungemein. Und die hat aber auch Lüftung unter den Armen. Ja, das ist nicht nur so ein schwitziger Sack. So. Du hast einen Vorteil. Du hast die großen, ordentlich Backroller dran. Mit der Außentasche. Ja. Mit dem Netz. Für mich waren die ein bisschen zu groß. Na, man kann sie ja immer wieder klein knubbeln. Das ist ja das Tolle. Ich kann sie halt bis oben füllen oder einfach zusammenrollen und enger stellen. Na ja, wenn ich mir die Taschen auch zulegen würde, dann würde ich nur auf dumme Gedanken kommen und noch mehr Gepäck einpacken. Gleich sind wir in Rosenow und da biegen wir dann ab auf den Radwegspur der Steine. Ja, und dazu noch ein paar Hintergrundinformationen. Der Radwegspur der Steine ist in Summe 55 Kilometer lang und führt von Warbende, Fürstenberg, ne Fürstenwerder und Beutzenburg bis nach Templin. Es geht dann durch den Naturpark Uckermärkische Seen. Und die Region ist bekannt dafür, dass sie sehr steinreich ist. Und dementsprechend gibt es viele historische Bauten aus der Backsteingotik. Ja, insbesondere Beutzenburg ist dabei hervorzuheben. Sehr schöne Stadt. Wir kennen sie schon. Ja, leider fahren wir jetzt Richtung Süden. Deswegen können wir es jetzt diesmal nicht auf der Kamera festhalten. Aber vielleicht können wir das dann irgendwann nachholen. Und wenn ihr den Radweg ja nachfahrt, dann werdet ihr Beutzenburg selbst erleben. Bergauf muss Julia immer auf mich warten. Ja. Ich bin ja so ein vollbepackter Esel. Da dauert das Ganze ein bisschen länger. Ja, Julia ist da hinten schon in Rosenow. Und auf der rechten Seite werden schon die Felder bewirtschaftet. Und von Tag zu Tag blüht es immer schöner und immer prächtiger. Hier sind wir aber, glaube ich, auch schon mal vorbeigefahren früher. Ja, ich glaube, als wir von Karwitz aus nach Hause gefahren sind, sind wir auch hier gefahren. Ja. Wir sehen uns wieder. ab jetzt sind wir dann erstmal auf einer ehemaligen bahntrasse unterwegs super asphaltiert es geht oftmals leicht bergauf leicht bergab also kann man hier gut tempo machen richtig toll links und rechts geht es halt steil bergab immer mal wieder auf und ab und wir haben hier eine komplett ebene fahrbahn du legst dir ein strammes tempo vor naja wir essen zeitig schon wieder hunger klar habe ich sorge dass meine baby pflanzen zu hause eingegangen sind ich habe sie ziemlich überwässert in der hoffnung dass sie bis heute überleben wollen doch gemüse ernten dieses jahr jacke an jacke aus jacke an jacke aus wenn man so schnell fährt hat man so viel gegenwind da braucht man noch mal glückliche kühe wir können auch nach da unten eine pause machen ja direkt am wasser da hinten ist ein platz in der sonne erstmal hier die ganzen maulwurfshügel hier umfahren zweites frühstück es gibt brötchen und humus für das zweite frühstück alles genau verteilt ich brauche schatten sonst verbrenne ich mich hast dich halt auch nicht eingeschmiert eigentlich hatte ich noch gar keinen hunger aber bei dem rastplatz hier sollte man auch die haare lang wachsen lassen und auch einen zopf machen weil dann habe ich nicht so eine zerzauste frisur nach dem helm abziehen einfach wieder kürzen schon gespannt wie ich dann aussehen nach drei monate radreise wolle petri kommt zurück gut gestärkt geht es jetzt weiter ich sag mal so die nächsten 20 kilometer geben wir an und dann machen wir wieder pause gut gestärkt geht es jetzt weiter ich sag mal so die nächsten 20 kilometer geben wir an und dann machen wir wieder pause heute ist ostermontag und erstaunlicherweise haben wir gerade mal vier fahrradfahrer getroffen ich hätte ja gedacht dass hier viele unterwegs sind toller weg freizeit wahrscheinlich ist es noch zu früh jetzt ist es halb elf und die meisten schlafen jetzt ihren osterfeuer kater aus wahrscheinlich suchen noch die letzten eier von gestern und wir sind jetzt in warte das war gerade die freizeitanlage von vom dorf warte so schön gemacht wirklich jetzt links ja auch gerade komisch da hinten standen noch irgendwie 25 kilometer dran hier nur noch zwölf von hier sind wir her gekommen dann über tomsdorf ich weiß nur nicht genau hier über rosenow runter dann glaube ich hier lang und jetzt sind wir hier in warte und wir wollen hier lang bis nach templin ja und hier auf der bahntrasse es ist wieder schön eben ausgebaut also perfekt für jeden geeignet ja und hier machen wir sonst mal pause hier sind drei pferde hinten dann sind sie doch nicht alleine hier ist ein schöner greifvogel auf dem baum der erste ist schon ganz schön durchgebogen naja wenn der bast abbricht kann er ja wegfliegen sollte er ja frohe ostern frohe ostern für uns geht es gleich 15 prozent bergab aber wenn ich mich richtig erinnere kreuzt man danach eine straße so dass man nicht nur vollgas geben kann sondern leider auch bremsen muss ja und da ist die straße die man kreuzt ja und da ist die straße die man kreuzt links frei rechts frei weiter geht's tja und wo es bergab geht geht es auch wieder bergauf und da ist ein paar geräusche ständig nachgemacht ja ich glaube da muss man den nachbarn damit frischen eiern bestechen dass das auge zudrückt zack da sind wir falsch abgebogen es geht hier am wasser entlang weiter ja auch ein toll angelegter garten lehmann garten templin lehmann garten u di n 2 Musik Wir sind standhaft geblieben. Es gibt jetzt kein Eis, wir haben ja noch Kuchen dabei. Und jetzt suchen wir uns eine schöne Stelle aus. Musik Die alte Stadtmauer hier in Templin, soweit ich weiß, noch komplett erhalten. Musik So, wir nutzen jetzt hier nochmal den Schwung aus und dann machen wir eine Trinkpause. Musik Hinter den Gleisen müssen wir, glaube ich, auf die andere Straßenseite wechseln. Ja. Musik Jetzt fühle ich mich veräppelt. Das war es mit dem Radweg. Ja. Schöner Schnörkel und dann jetzt Landstraße oder wo lang? Ja. Den letzten Tag lang ging irgendwie auch noch ein Weg. Nee, der führt aber in die falsche Richtung. Verpflichtender Radweg und dann hört der einfach auf. Musik Uiuiuiuiuiuiui Musik Piste Ahebung Musik Aus Ja, kurze Planänderung. Wir sind dann von Zedinic nach Buranienburg doch mit der Regionalbahn gefahren und nicht mit dem Fahrrad. Ja, ich habe eine leichte Blockade im Hals. Ja, die Matratze war für mich dann doch ein bisschen unbequem und da fährt es sich dann doch nicht so angenehm. Ja, also mit Schmerzen Fahrrad fahren, da sollte man dann lieber auf seinen Körper achten und auf den Hörn. Das haben wir gemacht. Dementsprechend haben wir jetzt abgekürzt. Ja, unsere Isomatte ist halt bequemer als so eine Matratze. Naja, was soll's. Ich verlinke euch einfach mal das Video in der Ecke. Da bin ich nämlich schon mal hier die Strecke lang gefahren von Zedinic nach Buranienburg. Die ist nämlich richtig schön. Da könnt ihr es euch dann nochmal anschauen. Und wir sagen jetzt ciao, weil der Zug ist angekommen. Wir müssen jetzt schnell einsteigen. Bis bald. Bis bald.